Kobra. Aus der Zusammenarbeit zwischen dem britischen Unternehmen AC und dem texanischen Rennfahrer Carroll Shelby entsteht dieser Wagen. Leichtbauweise und ein V8-Motor mit über 400 PS machen die Shelby Cobra zum damals schnellsten Roadster der Welt. Die Kombination, erstmal das Formale, das Auto ist ästhetisch für mich eines der schönsten der Welt und zweitens die Kombination mit der brutalen amerikanischen Power, das musste ich haben, das ist ein Motorrad auf vier Rädern und es gibt kein vergleichbares Auto für mich akustisch und auch formal von der schönen, von der Ästhetik her und vom Vergnügen des Fahrens. Das Auto bremst richtig, das Auto liegt richtig, es ist beinhart, okay, aber der Fahrspaß, den es vermittelt, ist unvergleichlich. Das 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring 1964. Mit dabei der damals 14-jährige Fersen. Wir fuhren da hin und standen oben am Flugplatz Queddelbacher Höhe. Tausende von Menschen, eine irre Atmosphäre. Damals war das das größte Rennen Europas und auch die meisten Zuschauer. Und dann sah ich zum ersten Mal in meinem Leben Bob Bondurant auf dem 289er FAE Cobra. Und das Geräusch und die Form des Autos waren so unvergesslich, dass ich gesagt habe, irgendwann mal muss man dieses Auto selber haben. 1973 ist es soweit. Fersen kauft das silberne Kraftwerk zum Preis eines neuen Porsche. Eine gute Entscheidung. Wäre der Porsche heute vielleicht 50.000 Euro wert, ist eine Original-Cobra in gutem Zustand nicht unter 400.000 zu haben. Doch Fersen sieht seine Cobra nicht als Wertanlage, die in einer Sammlung verstaubt. Seine Giftschlange soll zubeißen. Und zwar regelmäßig. Das Alu-Kleid trägt die Verbreiterungen der unter Kennern bekannten Sebring-Cobra. Einen massiven Überrollbügel und dicke Speichenräder im Format 6,5 und 7,5 Zoll. Ein Blick ins Interieur macht deutlich, dieser Roadster ist nahezu 40 Jahre alt. Und sein Besitzer nutzt ihn. Stolz zeigt die Cobra die sichtbaren Narben ihres bewegten Lebens. Patina statt überrestauriertem Chrom- und Lederglanz. Autos müssen rollen. Autos werden nur dann funktionieren, wenn sie rollen. Wenn sie stehen, stehen sie kaputt. Dichtungen gehen kaputt, Simmerringe werden hart. Filzdichtungen aus den alten Autos verhärten. Öl läuft überall raus. Sie müssen bewegt werden. Ganz wichtig. 1962 entstehen unter der Ägide des texanischen Rennfahrers Carroll Shelby die ersten Cobras mit 4,3 Liter großem Ford V8 und 260 PS. Fersens Exemplar, eines der seltenen rechtsgelenkten 289er mit 4,7 Liter Hubraum, gilt als die klassische Cobra. Spätere Modelle haben 7 Liter Big Blocks mit bis zu 425 PS. Auch Rolf Fersen schaut von Zeit zu Zeit unter die Haube seiner Klassiker. In 40 Jahren Oldtimer-Liebhaberei eignet er sich genügend Kenntnisse an, um viele Wartungs- und Reparaturarbeiten in seiner kleinen Werkstatt selbst zu erledigen. Siegerkränze und Fotos künden von den Erfolgen des Hobby-Rennfahrers. Seit Jahren steht Rolf Fersen weltweit in den Startreihen von Oldtimer-Rennen. Und in der Regel weit vorne. Wie hier bei Amateuraufnahmen vom Oldtimer-Grand Prix 1986 zu sehen. Nicht die schönsten Läufe waren die alten Oldtimer-Gerfries auf dem Nürburgring. Ganz früh auf der Betonschleife natürlich und nach dem Umbau dann auf dem Grand Prix-Kurs. Und nicht zu verachten und ein Highlight war ganz sicher Laguna Seca in Kalifornien. Ein Kurs, den Sie im Grunde richtig lernen müssen, wo Sie also in ein paar Minuten oder eine Stunde Training nicht zurechtkommen. Aber allein schon in so einem Feld zu fahren, ein großartiges Erlebnis. Um bei Rennen vorne mitzumischen, tunet Fersen die Cobra. Dank anderer Nockenwellen, modifizierter Köpfe und viel Feinarbeit, leistet der Ford V8 satte 370 PS. Eine Weber-Doppelvergaseranlage bringt im Renneinsatz den letzten Schussleistung. Trennungsabsichten gibt und gab es nie. Mit der Cobra hat Rolf Fersen sein Traumauto gesucht und gefunden. Nach 979 Exemplaren ist 1968 Schluss mit dem Original. Doch die Legende lebt weiter, wie hier die Mark VI, Produktionsort Deutschland. Eine gute Replika kostet zwischen 50 und 150.000 Euro. Dafür gibt es moderne Technik und noch mehr Leistung. Optisch gibt es kaum Unterschiede. Vergleicht man die technischen Daten der Ur-Cobra mit denen der Replika, werden die Gegensätze deutlicher. Vor allem was die Leistung betrifft, gibt es bei den Repliken kaum Grenzen. Das gleiche gilt für die Original-Cobra, wenn es um den Preis geht. Wir haben hier die sechste Auflage der ursprünglichen Cobra, die 1965 in ca. 300 Stücken von Carol Shelby gebaut wurde. Nachdem die Produktion relativ schnell vorbei war, haben sich natürlich Leute einen Kopf drüber gemacht, wie kann man dieses Auto in seinem Prinzip, in seinem Konzept lassen, aber eben verbessern. Beispielsweise eine verbesserte, verstärkte Bremsanlage im Vergleich zum Original. Das ist in der Zwischenzeit moderner geworden. Die Technologie für die Stoßdämpfer ist eine viel, viel aufwendiger und viel effizientere, als es früher eben war. Wir haben auch viel weiter den Motor nach hinten gerückt. Also es handelt sich eigentlich eher um einen Front-Mittelmotor. Ansonsten sind alle charakteristischen Merkmale erhalten geblieben. Die Stoßdangenhörner, dieses Maul, dieses typische Haifischmaul. Wir haben hier Kiemen für Abluft. Der Großteil der Warmenluft von dem Riesenmotor da vorne wird hier abtransportiert. Also wie bei der ursprünglichen Cobra 427 haben wir hier diesen Le Mans-Tankdeckel allerdings eben abgeändert, beziehungsweise den heutigen Bedürfnis angepasst, innen drin für die modernen Zapfanlagen auch passend gemacht. Der Heckdeckel in seinen Dimensionen ist exakt so, wie es eben beim Original damals war, allerdings mit außenliegenden Scharnieren, damit mehr Gepäck reinpasst. Die Scharniere früher hatten innen drin zu viel Platz weggenommen. Wir haben die dezentere Auspuffanlage, das heißt also Unterfluranlage. Die Sportversion hatten sie in aller Regel per Sidepipes links und rechts am Fahrzeug montiert. Das ist auf kurz spektakulär, aber auf Dauer ermüdend, was die Lautstärke angeht. Hier haben wir den sehr typischen Cobra Überrollbügel, also oftmals nur fahrerseitig gewählt. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, in aller Regel ist es eben ein Fahrerauto. Von seiner Funktion her bringt er natürlich nur dann was, wenn man sich sehr gewissenhaft anschnallt und mit Hosenträgergurten und betet noch dazu. Das wäre ganz sinnvoll. Jetzt kommen wir zum Motor, dem Kernstück der Cobra. Hier relativ gut verkleidet, sieben Liter Hubraum, acht Zylinder, also der Königsweg, durch kleine Veränderungen, circa 540 PS. Man sieht es, wenn man genau schaut, an der Auspuffanlage. Und wenn man da hinten reinschaut, sieht man einen Teil des ganz wesentlichen Unterschiedes zwischen der Ur-Cobra und der jetzigen, also dieser. Diese hier hat einen Gitterohrrahmen, die ursprüngliche hat einen Kastenrahmen. Das ist also meine AC Cobra 427er MK6. Und nachdem ich jetzt schon seit 25 Jahren mit einer Cobra oder mit verschiedenen Cobras fuhr und die für mich am fahrbarsten erscheint, werde ich mit der wohl sehr alt werden oder vielleicht sogar mit ins Grab nehmen. Mein Lieblingsauto. Cobra fahren ist etwas ganz Besonderes. Für die meisten Fans ist eine Replika aber wohl die einzige Möglichkeit, in den Genuss dieses Muscle Cars zu kommen. Für die meisten Fans ist eine Replika, in den Genuss dieses Muscle Cars zu kommen.